Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stranger Things und ich muss leider gleich zu Beginn sein, uns fehlt eine Folge. Die letzte Folge, die ich aufgenommen habe, hat leider nichts aufgenommen. Obwohl es eigentlich die Angezeigte Dress aufnimmt, hat es null Spaß aufgenommen und zumindest fehlt uns leider eine Folge. Ich habe ja auch so eine Tür aufgemacht, weil ich echt sauer war. Ja, es ist leider so, man kann bei diesem Spiel nicht zurück. Es gibt automatische Speicherungen, es gibt keinen Speicherstand, den man machen kann. Darum seht ihr jetzt eine Folge weniger, ich kann euch sagen, was passiert ist. Ich habe das dann eigentlich ziemlich geschafft mit dem Alarm, den wir das mal hatten, zu deaktivieren. Und dann habe ich mit dem Auto geflüchtet, da raus. Und das war es dann eigentlich schon. Grob. Ich hatte einen Bekämpfer und so weiter da, aber die haben wir gut geschafft. Und ja, das war es dann. Ich bin bis hierher gekommen. Wir sind jetzt im Haus, den wir gleich sehen, von unserem Verbündeten. Der hat uns eine Schlotte Denkaufgaben gestellt, damit ich hierher komme. Da waren einige Sachen, die kann ich aber auch zeigen. Ja, das war halt so. Da musste ich Druckplatten benutzen, um Tiere zu öffnen. Und die muss jetzt gleichzeitig. Ich hatte ganz kurz Zeit zu drücken. Und es hat aber dann geschafft. Hat aber dann geschafft. Und dort heute. Ich kann nicht. Und es tut mir leid. Aber es ist, ich kann es nicht ändern. Hier, Mary. Mary kennt vielleicht einige, die es sehr gesehen haben. Die Sache stand viel dabei. So, ich habe ich Spoiler. Ihr habt nur ein paar von meinen Sachen zu stören. Ihr habt mich die CIA angerufen. Und ihr wart entschlossen genug, um bisher zu schaffen. Also, unser Mary, seid ihr fertig mit den Spielchen? Wir sind hier nicht zum Spaß hergefahren. Ihr seid hier oder eure Freunde. Alexei hat das für den Russen ausgeplaudert. Wollt ihr die lange oder die kurze Version? Äh, äh, lange Version. Erzähl uns mal die Sowjets. Die Sowjets haben seit über einem Jahr versucht, ein Portal für die andere Seite zu öffnen. Das führt sie hierher. Zu Hawkins. Ein Rüstungsunternehmen zur Aufrüstung. Dieser Monster klingt wirklich nach Kalten Krieg. Ah, sehr schlecht. Sehen Sie uns über StarCard Mall. Mit Hilfe eures Makers konziert die Russlande Mall, wo sie ihre Elemente mit den erfolgreichen, erforderlichen Ressourcen und der erforderlichen Geheimhaltung betreiben konnten. Kleine? 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 Ich nahm ihr dreckiges Geld. Was tun wir jetzt? Wir wissen, wo die Basis ist. Wir können sie stoppen. Nein, der normale Rambo schafft das nicht. Der fette Rambo haben keine Chance. Du sterben garantiert. Er hat recht, Hopper. Es ist leichtsinnig. Wir brauchen einen besseren Plan. Ich bin leichtsinnig. Ich bin nicht derjenige, der losgestürmt ist, um in ein Regierungsgebäude einzubrechen. Genug mit dem Streit. Ihr beide versöhnt euch. Ihr seid still. Mary, kommen Sie zu uns ins Hawkins und helfen Sie uns, Klein zur Strecke zu bringen. Wir müssen diese Stadt schützen. Ich dachte, Wohldaten liegen mir nicht. Gut, ihr findet uns auf dem Jahrmarkt, wobald alles bereit ist. Ihr habt noch etwas zu tun, um Zeit ein paar alte Freunde zu versammeln. Gibt der Polizei einen Tipp? Wo Polizei? Ach, hier. Wir sind hier in Philadelphia Wobblig Library. Wir sprechen uns wieder auf dem Bann. Antike Ditterviert hier. Ich muss etwas melden. Die Russen werden uns suchen. Wir müssen uns verstecken. Ein Gedankenschinder. Sucht uns auch. Wir sollten uns im Keller beraten. Der Biss. Der Biss. Dimmert. Das ist in dieser Folge. Die kleine Russen führen ihre Freunde und Ursfelsmen durch. Wenn es da der Jahrmarkt geöffnet ist, finden wir ihn sicher dort. Willi ist da draußen und such mich. Ich muss zurück ins Nichts. Da sind wir nicht sicher. Gehen wir in die Hütte. Gut, gehen wir in die Hütte. Wir brauchen 30 Minuten Pizzakam, bin ich gut. Und? Two! Child West's Darmarkt Was ist... Hallo? Lasst uns zu Ja mal gehen! Und ach... Da bist du ja. Du hast Clients Dankesräder verpasst. Ich geh da vor dem Grudelkabinett. Okay, bleibst hier bei Schmier noch. Aber ich konnte mir nach Clues suchen. Du machst den Kindern Angst. Unser Großartiger Bürgermeister hat gerade seine Mitreisen der Rede beendet. Sie werden ein paar Fragen an Sie. Raus hier! Ach nein, ihr seid... Kameraden! Machen Hilfe! Jo... Wollt ihr ins Grudelkabinett? Nur 10 Dollar! Ähm... Die uns so reinlassen, ist wichtig. Sorry, keine Dalar, kein Eintritt. Keine Sorge, man kann auch Dalar gewinnen. Sieht euch um! Ich muss Dalar gewinnen. Was soll ich tun, Sida? Können Sie mir helfen? Die Autosuppfindet später statt. Ich habe den Schlüssel zu meinem roten Kabel verloren. Finde ich den nicht, verliere ich. Ich muss ihn hier auf dem Jahrmarkt verloren haben. Findest du meinen Schlüssel? Bist du belohnt. Ich bin wohl der Gewinner, wo der Schlüssel für den roten Kabel ist. Woher soll ich das wissen? Ja, ja... Ja, ja... Ja, ja... Ja, Marktpreise hier. Du brauchst Dalar, um etwas zu kaufen zu können. Wie... Nimm eins für Fido mit Lasten aus sehr robustem Material... Hä? Nein, danke. Ich habe keinen 10 Dollar. .... Komm in hier! Sehe Sie, die kleinsten Mann der Welt... ... ich habe keine 10 Dollar. Ich habe keinen 10 Dollar. GESetzt. Verlichtung des Waldes. Licht südöstlich. Licht um das Waldes. Öst. Südöst. Es gibt immer irgendwelche böse Menschen hier. Was ist das denn? Das ist die kleine Nerven. Da haben wir noch Eiswerfen hier. Ach so, ich kenne ihn ja gar nicht. Er kann Eiswerfen. Das hat es beim letzten Mal leider auch nicht geschafft. Ja. Oh, wir suchen den Schlüssel. Das muss ich mal. Ach voll, dass hier einer ist. Ja. Okay, wird los. Abschaltar, lieber. Ja. Okay. Ja. 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 Äh. Du bist ein bisschen heisternd. Du kostest aber nur 5 Dollar, aber du brauchst eine eigene Ausrüstung. Tschüss. So, bin ich hier. Oh, da gibt es noch einen. Da gehe ich noch mal hin, gleich wieder da drin. Oh, weg runter. Ja, Autoschlüssel gewonnen. Gewonnen? Ich kann nicht mehr reden heute. Au, ich soll meinen Fuß anmachen gerade. Aber es ist ein Tag. Erst gibt es die Aufnahmeflöten, dann... Es ist sowieso ein Maß. Hey, du hast meinen Schlüssel gefunden. Super, jetzt bin ich wieder dabei. Lieber ein paar Dollar. Danke. So, damit haben wir das. Seid ihr wieder? Habt ihr genug da dafür? Weiter? Ja, hier. Super. Einmal geradeaus und viel Spaß. Au. Alle Zeit, nein. Oh Gott, weiter. Ich bin wieder. Hey ho. Hey, hey. Viel Spaß. Willkommen jetzt heute. Pass auf den Kopf auf. Hahaha. Weiter. Tschau dir. Ja, auf doch. Äh, wo bin ich? Auf dem Kreis. Der ist glaube ich da rein. Der ist nach oben gelaufen. Das ist alles so. Da will ich ihn. Da rüben und da rauf ist er gelaufen. Und wo ist denn da weit rauf? So kann ich. Wenn ich da reint. Du bist ein bisschen drauf. Kommt die Tür. So und documentary ist das ein bisschen auf die Tür. Genau. Dann sind wir da rein. So komm mal rein. Okay. Die Tür. Die Tür ist hoch. Die Tür ist hoch. Okay. Okay. Danke. Okay. 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 Ganz viel Geld. Jetzt ist er. Aber... So. Wollen wir drinnen? Oh, guck mal her. Wenn man rüber geht, wird's braun. Wenn man rüber geht, wird's gelett. Ah, da waren wir hier schon. Nein, da waren wir noch nicht. Nein, da waren wir schon. Gut. Ähm... Okay. Okay. Oh. Oh, bhai malsh. We're not. Aber am author. I'll thau malsh. Also bei der Kugel. Hör. Okay, wir haben auch weiter. Auf der Klupe. Auf der Klupe. Oh. 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 Well. Which? So, nicht ich. Oh, ich bin ein Educator. Was ist das? Oh, I kissed her. Just hold your shoulder. Super. Oh, I can't do that. Du, okay, jetzt haben wir noch einen Wettbewerb. Ich bin da, ich bin da raus. Gut, gut. He he, wieviel Jahr mag Spiele? Fünf-Dollar-Kosten gibt es zu spielen. Für, äh, eins. Den Wort okay. Ich bin für die Antworten am Ausgang. Ja, wurscht. Ich bin für die Schlachter-Kosten. Oh, ich bin für die Schlachter-Kosten. Ah, Heuerung. Noch ein paar Tränen. Super, da haben wir das rein. Ich hab was zu fachen bekommen. Oh, 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 fein. Nein. Ich sag mir, irgendwas zu bedeuten gerade. Also, es ist so... ...geißer. Ich habe eine Person, bei dem Eintracht zu beherrschen. Ich schau mir einfach rein. Ich bin der Eintracht. Ich bin der Eintracht, der durch den Eintracht rauskommt. Ich bin der Eintracht. Ich bin der Eintracht. Wann ist der Eintracht? Hmm. Aha, wie viele Böden hast du bisher im Grunde gezählt? Ja. Im Grunde okay. Oh, äh. Äh, äh. Hallo, man. Wir haben uns nicht. Fünf! Oh, das ist richtig. Oh, wie viele Geschichten kennst du hier? Das ist falsch. Fünf. Das ist richtig. Es ist auch super! Wir ließen die Tremel Wir sind okay Wir sind so alt Oh! Oh, ich habe es keine Tremel 10. Das war richtig, das weiß ich. Hey, wie viele Jahrmarktspiele? Die 5 Dollar kosten gibt es. Nein. Wo wollen wir jetzt kommen? Ich bin ein Rieser. Ich bin ein Rieser. Ich bin ein Rieser. Es war schrunk. Oh, ho. Gebonnen! Ich hab's da hin. Oh, wellah. Oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Untertitelung des ZDF, 2020